oder killhagen was ich ja immer noch vermute pitwood brett wer das wohl gebacken hat ich höre wieder eine spinne ich sehe spinnen da unten rumkrabbeln was sagt die nachricht pass auf deine schritte auf naja sonst landen wir da unten und haben ein problem geht es sonst noch irgendwo lang nein so machen wir das ding aus machen wir mal hinter uns zu ich habe das ein ganz liebes gefühl bei der sache doch nicht so mies das hätte ich voraus sehen müssen das ist jetzt nämlich schlecht ja das geht noch einigermaßen und du bist der ehe ziemlich unempfindlich gegen eisschäden das war gekonnt ausgewichen das auch das nicht geh weg ich sehe nichts mehr mach das licht wieder an so da hatte ich mich etwas verkalkuliert ich habe vergessen die können hochfliegen goldener schlüssel naja ein spinnen tier das du brennst cool jetzt hast du panik ein goldschlüssel das hat sich gelohnt so ich glaube damit sind wir hier unten durch das haben wir nur noch das gebiet hier und natürlich diesen fahrt des mutigen und so weiter ich denke mal hier ist nichts mehr mir fehlen aber immer noch sehr viel wow respawn fragezeichen trink heisst zauber ach du heilige das war nicht beabsichtigt äh entschuldigung was war das bitte sind irgendwie die ganzen spinnen die hier sind töten kann ich die ja nicht gell nein irgendwie aufsammeln oder zerquetschen also ob jeder jetzt auf einmal eine spinne produziert hat so jetzt muss ich erst mal die feuerinventare wieder töten oh du bist schon tot oh da kommt schon der nächste ich glaube vier oder fünf stück waren das hier so der nächste du hast hunger stimmt so waren das alle ja das schienen schon alle gewesen zu sein äh genau secret so eine pflanze ein wiederbelebungskristall das heißt wir müssen zielgerichtet hier rum raus nachher wenn wir den power gem haben hier war nur das pitwood bread das kannst du gleich essen heilpilz sonst nichts okay wenn ich hier die mitte trete dann geht das einfach auf so einen haben wir einsperren können äh weapon jam treffer daneben so stirb so du bist tot die meteorit kannst du nicht benutzen wow das war ein schöner crit bin stolz auf dich taurion so licht geht eigentlich gleich aus soweit ich das noch weiß so machen wir es jetzt so goldener schlüssel lag da was nee ja wie oft mache ich den fehler jetzt noch äh so immer über die kanten gehen das einsacken das funkelt nur okay so power gem ist da gut jetzt heißt es ganz 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 schnell raus hier bevor alles voller spinnen ist die fallen aus der decke so eine tötig eine kriege ich tot ähm na okay und tschüss ich glaube ich gehe hier oben nochmal speichern und da muss ich mir überlegen wie ich das mache also wie ich da weiter mache ich würde die spinnen nämlich schon gern töten xp sind xp vor allem brauchen wir noch ein paar so aber erst mal heilen und speichern lp 120 so jetzt versuche ich am besten bevor ich den restermin mache versuche ich erstmal diesen fearless gang ja am besten kletter ich nochmal in dem gang runter äh und werde sofort von spinnen übermannt wow au so wir haben einen fluchtweg die kommen ja leider nicht hier runter gesprungen ok hier bin ich hier drüben und das bringt mich wieder hierher ihr wollt mich doch veralbern ach das war falsch das hat mich eingesperrt so geht das geht das hinter mir etwa zu nö oder wie es hält sich das wenn ich hoch mich hoch teleportiere äh komm du hast so viele gib mir mal einen Heidrank so ok wie machen wir das hier kommt nur der furchtlose weiter klettern wir nochmal hier runter lassen uns gleich mal die ecke drängen das ist aber halb so wild denke ich mal so nämlich so so geht das so haben wir nämlich immer nur mit zwei zu tun häuschen macht mir nicht so viel äh 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 wo bist du hergekommen ah zauber häng nicht du trink mal was gut der ist eingeeist das ist der eingeeist sehr schön ich würde mal drastisch die flucht ergreifen dankeschön ich habe noch nicht gemerkt ob sie respawn oder nicht deswegen flucht zum blauen kristall speichern dann klettern wir nochmal runter wir versuchen das gebiet mal zu säubern also ich habe jetzt auf jeden fall gemerkt die spinnen ganz unten im bebiss die sind einfach aus der decke gefallen so nur der furchtlose eine geht eine geht sehr gut eine geht sehr gut so ok kokos schnitzeln sicherheitshalber ich habe nämlich immer noch das gefühl dass die we spawnen da drin so jetzt will ich mal kurz gucken wenn ich dir das gebe ja gut dann wird das sofort zu deiner restposition hinzugefügt sag mal wenn ich dich vergifte ist das fast schon effektiver als wie wenn ich dich einfriere wahrscheinlich oder beides zusammen das ist richtig böse so jetzt so jetzt so jetzt so jetzt so jetzt